um egal ob uns gefunden ja ich hab jetzt gerade umgedacht soll die riesige Schaf steht weil es berg hoher ich halluziniere Schlecken und Lecken ich hab meine Höhle wieder ja ja ach jetzt mach ich so auf deine Kinder weil da gab es dann halt ähm nein nicht nein 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 3 1 1 ich hab immer das Schiff gedrückt ey geht ja gar nicht so rein packen da so schnell sag doch mal was wachs 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 steigte Prozent genau so grau wie normal auch warte mal ich bleib jetzt mal ganz kurz hier drin und dann es es tätig geht jetzt nicht h es gibt ein Schavert es ist noch eine Schaufel nach Hoh so ich kann wieder auf Kohlesuche gehen denn ich brauche Licht von meinem Tunnel oder ich wohne doch hier oben okay das reicht wofür hat das gemacht hat sie in meiner Folge gucken guckst du meine auch nicht ja die 45 Minuten wieder aber dahinten war das glaube ich so hey jetzt ob die Fallwelt welche glückliche Aua ich bin gefallen und hab mir den Arm hier könnt ihr sehen wie ein kleiner kleiner Lieber ja mhm kleiner Halko verzweifelt beim Minecraft Spiel Alter jetzt hab ich voll meine Stimme vorstellt der kleine Leer möchte bitte im Kinderparadies abgeholt werden das heißt im Small Land das ist ein Noob das ist ein Noob haust du dich hättet aufs Gesicht das ist mein Bruder das ist mein Bruder Holz 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 das gibt's gar nicht außer Holz ganz viel Schluck und ich hatte so viel Staff dabei von letzter Woche und ich hab noch nicht genug Clay hey er wurde beteiligt heute die Digit angespielt die neue Snapshot ja ich bin sehr sehr zufrieden ich bin sehr zufrieden ja wirklich ein Hammergeil ich hätte ich glaube in 10 Minuten halbe Steckdias ich bin ja nicht so wie bei Hexe dass er sogar wechselt wächst wächst unten aber halt in Raumlängen man kennt ja das auch im Wirklichen gibt es Diamanten wo die Diamanten an Bäumen wachsen genau und die Mandarinen im Keller wir selber wachsen dann Diamanten an Bäumen was gesagt ja äh ist ja nicht so wie bei Hexe wo die Diamanten wo die ganzen Sachen wachsen und Diamanten wachsen eigentlich wieso verstell ich meine Stimme die ganze Zeit so Alter bist du jetzt mein Lehrer bist du hallo ich bin der Bergmann ja klar stimmt jeder kennt es bestimmt noch nicht ich bin der Bergmann cooli cooli und das ich bin der Bergmann ich bin der Bergmann fern sehr guter Ort mann mich ganz schnell steinste ich werde Herr Kommissar ja ich muss immer meine Stimme verstellen ich weiß es auch nicht, mein Freund Kobielachs Kobielachs wollte ich gerade sagen, super eine Steinachs so, weiter geht's mit Haken wir haben gesagt deswegen haben Sie schon wieder los hast du dir das schon gesungen? was kommt so die Welt die Lieder aber wenn Mario Marius will das gucken sollte ich bin schon wieder enttäuscht ich hab ihm Skin gemacht er sagt mir das Gesicht zufällig ich bin so ein Boy Skin gemacht weiß er mit Brille auf bei Erdleter Brillenträger sollte eigentlich eher sein das Gesicht gibt es nicht ganz so er soll er und wird erkannt wird es sehr wichtig für den Fotos ich will auch nicht mehr um hier ist es jetzt mein Mikrofongarten ja auch so gut und ich bin der Fall auch der Lukas Stimmung vor Ort oder die Moodle Power da 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 hätte er nahe bittet er wird die Ruhe ich glaube ich habe eine Höhle gefunden kurz von seiner Höhle er will gerade das ist fackeln sollen bitte lassen Fertigke ab das ist ein kleines ich gibt dann auf jeden Fall auch leckte deine Füße die doch wieder nötig für scheiß Blumen gelben ach man nur noch eine rote ich bin ja schon wieder hier unten am Sporn wo bin ich was das wäre für eine Map ich glaube nur im Kreis glaube ich ach man jetzt kommen wir gleich wieder die Zombies Zombies ja Zombies und Zombies und Taddel und Taddelinis aber ich bin ja noch am Fuß gefallen auch und schon wieder andere Leute die keiner kennt und die wir auch nicht namentlich nennen werden hallo ich bin der Prozent sechs aber mehr sagen wir nicht ich glaube ich werde denn die Gruppe ist krug ne alter das ist doch hier LeFleud hallo LeFleud hallo LeFleud boh ich bin so blind ich sehe hier gar nix älter hallo nicht lacht aber wird die wird macht einfach ein stumm letztendlich spüren als er noch für die Grüße bestellen an Paluten und Sturmwaffel und ein oder ein Herrn Bergmann wurde mir geschrieben aber die Gummann vorgehebend die die Befraut so ich bin jetzt die erste aktuelle genau kurz also ein bisschen bevor wir hier die Folge aufnehmen habe ich was wo sie erst so und wieder der Schatz es hört sich irgendwie ein bisschen komisch an weil es war ja ich würde es ist schon wieder wo es hat sie ist der Flashback und jetzt ist und heute war es wird in den letzten als sie haben es an einem Dienstag auf es ist schon wieder Dienstag hier ist der Flashback Prozent und ihn kommen die Prozent 5 Prozent 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 ich weiß ich habe nur ein bisschen das ist Hunger und ich habe jetzt so viel Ofen und so viel Kohle das so viel Ofen er und nichts zu essen das ist ja sehr 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 ist ein Kripper hochgegangen als nicht gerade vom das ist aber sehr traurig und ich kann von 1.0 ja ich hätte müssen sie zum Grund die Sonnenliebungen achten hier Fakir wo steht meine Scheißkraft in der Läge auf die Plastikäber der Zettel in dem und in den Dunkeln gesetzt war so Niveau Ruh ja und der Umweltschutz die Füße von Martina Jürgen Kai hat angeblich im Netz Jahr 400 Millionen wenn nicht 4 Millionen wird YouTube gemacht 400 Millionen der will ich ja auch nicht ich habe liegt in der Füße und Füße das kann ich selber auf die so ein Wettbewerb nachdem ich habe Lichter schaffen so erweitert Schöne dann muss man eine eigene Firma aufrunden gewohnt und uns gut Nelie an die Städtung Okina und so was dann muss alle das Film ist cool aber noch sehr viel Drogen verherrlichen ja aber so schnell wie man auch vorhanden aber so stellen wir so lieben Broker Freunden in Amerika die große Ursa in Usa denn die müssen jetzt viel leisten eine Wollstrick und mit einer Volle komm weiter nein guck doch nicht zu mir ich möchte schütteln auf dem Popper Klopft und ihr auch auf dem Popper Klopft so ein bisschen aber jetzt natürlich nicht geklaut als zu heiko die Wüste Malte und doch was wird nicht die Dortmund Neuer wir haben die alte Brockenzahlen sein Malte und das ist ja wenn sie überlegen müssen auch mein Schild nur wo sich schon immer ein Spiel sagt mir ich könnte es ja zu kurzem durch aber das soll nicht Prozent von wem und um wenn ich falsch ist die Koffflug oder haben ich bin ich bin dran machen doch mal so ich probiere es jetzt mal hier ist sehr schwierig der Sprung zwei Blöcke sind ja auch zwei Meter ein Glück der Typ springen ich bin kann und wo ich sie einen Grasnabel ist total klein aus ja wie viel erst ein sehr groß soll ich mal jede Fackel deine 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 Fackel so jetzt werde ich mein Haus bestimmt wieder finden auch mach mal was sagst du denn alles in deinem anderen Haus auch alles jetzt sag mir nicht brauche ich nur hier oben rum jetzt bin ich auf die Insel gegangen und hab eigentlich nichts gemacht außer Schmeimhoff den Pop oder Haaren ey dann geht's immer kaputt und wird dadurch dass der die sehr wahrscheinlich ist das in der Alpha so jetzt noch nicht so trainiert es steht da auch so langsam das ist alles in der Minecraft Karriere die er noch hinter sich legt die hatte halt stärker es ist halt so es steht da auch so langsam also habe ich auch als ich dreimal das schafft das Schwein versucht zu schlagen und es ist immer gesprungen wow what Fug so so jetzt also nicht also Licht habe ich genug her ich bin auch aber der wärt das aus dem weich hat man kann mich schon mal kurz geschätzt an den wählen nicht mehr verfaßt oder ist das neue jahr versteht er wird verstehen wie ich gehe ich weiß auch schon wieder alles in den wurst hier hätte ja gar nichts aus scheiß medizin ach ja 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 also wenn man gerne jemanden sterben sehen möchte sieht doch mal wie schön es aussieht ist hier facken an einem berge mag das möge dass mein gebirge sein das seuergebirge überwurst und trinkt jetzt mit mehr aufnahme ich stehe gerade in vor allem teig und wickel da rein man muss ja auch mal pipi das schild von hoch springen so kommt halt wieder da hat sich und hier wird eine kuh die kriege immer in meinen das ist ein grob was macht ich habe die kuh so dass er die nieder gemolken der liegt auch von 1 der liegt auch in mir aber ich hatte an die pizze gelutscht hat auch direkt aus dem schlauch besogen wieso heute aber was ist denn da kommt warme milch raus und wenn die frische milch getrunken 22 oder geben die mir wieder wer tot und ein Wiesel wie sie wieso überlebende die Skelette dort mit so was sagen die Lüge der Lüge hier ist die Lüge an überlebende Skelette aufzunehmen wenn man bald runtergeschrieben wird wenn da mal Sachen drunter geschrieben werden unter seinen Videos